ja liebe leute da sind wir wieder mal ja wir stehen aktuell auf zara im bereich der general aviation da wo wir die maschine auch abgestellt hatten die vorflugkontrolle und alles haben wir schon erledigt das heißt wir starten jetzt heute mal ausnahmsweise ohne flugplan weiter aus richtung südosten viel spaß beim zuschauen so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020